Wir sind, wo Sie sind, so lautet der Slogan des Versicherungsbüros Konrad im schwäbischen Dillingen. Die moderne Traditionsagentur ist Mitglied der Versicherungskammer Bayern und setzt bereits seit über 40 Jahren erfolgreich auf ganzheitliche Beratung und individuelle Rundumbetreuung. Von privater Haftpflicht, Unfall- und Krankenversicherung über Pakete für Kfz und Wohnen bis hin zu Vorsorge- und Finanzierungsmodellen. Das qualifizierte Experten-Team legt großen Wert auf laufende Weiterbildungen, um seinen Kunden stets die bestmögliche Begleitung zu bieten. Spezialisiert hat man sich in dem beliebten Ausbildungsbetrieb außerdem auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden, Freiberuflern und Ärzten. Versicherungsbüro Konrad – hier sind Sie in guten Händen. – Hier sind Sie in guten Händen.